wir starten mit der präsentation ich hoffe ihr seht jetzt auch die slides also ich freue mich sehr euch heute eins unserer forschungsprojekte vorstellen zu dürfen das raumlabor der technischen universität berlin und der universität der künste berlin in dem wir versucht haben ein neues raumkonzept für akademisches lernen und forschung umzusetzen ich bin johannes pointner ich bin wissenschaftliche mitarbeiter bei new practice in art and technology einer relativ neuen research plattform von berlin und und ich bin unter anderem für die durchführung des projektes verantwortlich ganz herzliche grüße auch von professor albert lang dem leiter des forschungsprojekts als auch von new practice und bevor ich euch das raumlabor zeige bevor ich auf das forschungsprojekt eingehe möchte ich ganz kurz die practice auch vorstellen um euch den kontext des projekts stellen näher zu bringen akademische bildung sieht sich heute durch einen interessanten technologischen und gesellschaftlichen wandeln und auch eine zunehmend dynamischen fächer kultur mit völlig neuen präumissen konfrontiert den hochkomplexen und miteinander verbundenen herausforderungen des 21 jahrhunderts kann deshalb auch in vieler hinsicht nur in multidimensionalen und transdisziplinären ansätzen begegnen werden die in gewissen weise eine neue strukturierung unseres verständnisses akademischer lehre und forschung voraussetzen für uns ergeben sich daraus einige zentrale fragen erstens wie können moderne gesellschaften technische innovationen gestalten die wiederum gesellschaften verändern wie beeinflussen neue technologien und gesellschaftlicher wandel bestehende wissens produktion und denkmodelle welche neuen disziplinären ordnungen und tätigkeitsfelder lassen sie ihn stehen und schließlich welche perspektiven ergeben sich aus dem aufeinandertreffen von gestaltung und neuartigen technologien für professionelle akteure sowie die gesellschaft als ganzes wir sind also mit hochkomplexen topologien und fragestellungen konfrontiert die sich zunehmend nicht mehr nur aus einer fachdisziplin heraus beantworten lassen und heute sind deshalb unsere meinung ansätze notwendig die forschung industrie lehre und auch gesellschaft integrieren vor diesem hintergrund hat sich die forschungsplattform sorry forschungsplattform new practice in art and technology zwischen der udk berlin und der teo berlin gebildet und damit soll dezidiert eine neue post disziplinäre praxis gefördert werden mit dem ziel positionen aus technologie forschung aus wissenschaft aber auch aus kunst design und theorie zusammen zu bringen hier ein kurzer überblick über die diversen aktivitäten von new practice als research plattform und man kann sagen es gibt hier zwei zentrale säulen das ist einerseits sind das unsere aktuellen forschungen die sich in verschiedenen feldern mit technologischen innovationen beschäftigen das ist zum beispiel die raumforschung wie dem raumlabor materialforschung klimadaten visualisierung aber auch die zintechnik und daran angeschlossen ihr seht es hier links im bild mit den beiden kreisen das sind zwei punkte zugegebenermaßen noch an der construction aber es wird ein phd programm noch angeschlossen werden genauso soll es ein und schön geben mit weiteren geplanten publikationsformaten und die zweite große säule von new practice ist die lehre mit dem ma des anderen competition das ist ein transdisziplinärer und forschungsorientierter masterstudiengang den es seit nun mehr drei jahren zwischen udk und die übernehmen gibt und in diesem masterprogramm sollen vor allem die fähigkeiten gefördert werden komplexe probleme selbst organisiert zu lösen das bedeutet dass es einen fokus auf team basierte und auch möglichst freie projektarbeit gibt und das programm ist eine gewisse weise auch ausgerichtet auf konzeptionellen und forschenden denken kombiniert mit technischer versiertheit ihr seht auch eine schlittstelle hier zwischen den forschungen und der lehre und das ist auch eins unserer großen anliegen nämlich laufende forschungsprojekte immer auch in die lehre mit zu integrieren ein ganz kurzer überblick über die beteiligten fachgebiete der beiden universitäten werden wir uns das aber hier in dieser kartendarstellung an ansehen sehen wir hier den campus schlotenburg hier in berlin und markieren wir die beiden bereiche der also sozusagen die tu in rot und die udk im blau und uns dazu dieser dicken schwarzen linie die vertikal hoch geht vom hauptgebäude sehen wir dass wir als new practice im moment schon als konvergenzpunkt fungieren nicht nur zwischen vielen beteiligten fachbereichen aber auch zwischen diesen beiden universitäten also im nächsten schritt kommen wir jetzt aber zum so zu dem lehren und forschungsraum von new practice und damit möchte ich unser raumlaborforschungsprojekt vorstellen die raumlaborförderinitiative wurde ausgelobt vom stifterverband und der schwarz stiftung der förderzeitraum belief sich mitte 2022 bis ja circa jetzt mitte 2024 insgesamt also ungefähr zwei jahre und hatte das ziel neue räume für zukünftiges akademisches lernen und lernen zu erforschen unser konzept wurde dabei als 1 von 5 ausgewählt und dann auch gefördert was es für uns ermöglicht hat unser raumkonzept im alten lesesaal der tu berlin und dieser alte lesesaal ist tatsächlich auch ein raum mit geschichte befindet sich im hauptgebäude der tu berlin wir sehen hier links den bilden zustand um circa 1900 und seitdem hatte dieser raum auch viele nutzungen sanierungen aber auch lehrstand erlebt und wir fügen die dem raum jetzt sozusagen unser kapitel unser ganz eigenes kapitel hinzu mit unserem einzug vor so circa zwei jahren hat das damals neue präsidium der tu in kooperation mit dem präsidium der udk auch ein starkes zeichen für die gestaltung neuer lernräume gesetzt und aber auch für die nutzung von bestandsflächen innerhalb der universität wenn wir jetzt in den raum gehen und uns das raumprogramm für das unser labor ansehen kann man sagen dass es vor allem auf den anforderungen rund um die forschungsplattform new practice als auch um den masterstudiengang design computation aufgebaut ist also wir haben in gewisser weise versucht schlagworte die transdisziplinarität komplexität kollaboration die integration von forschung und lehre und natürlich auch das alles unter den vorzeichen einer sich beschleunigen die digitalisierung in form eines akademischen arbeitsraums zusammen zu denken und das heißt dass hier im raumlabor eine kombination von ganz klassischen aber auch sehr viel progressiven forschungs und deren formaten stattfinden ganz zentral für uns ist dabei die projekt basierte dynamische teamarbeit in forschung und lehre es finden aber auch ganz klassisch vorlesungen statt genauso hat der raum oftmals ein labor werkstatt charakter seminare tutorial tutorial und viele workshops werden hier abgehalten es gibt flächen für fokussierte einzelarbeit genauso finden ausstellungen stadt und performance ist sowie viele öffentliche veranstaltungen wie zum beispiel unsere loops das ziel ist aber eigentlich eine kombination von diesen aktivitäten also eine multifunktionale vernetzung herzustellen zu einem reichhaltigen und diversen raumprogramm in dem mehrere nutzungen auch oftmals simultan ablaufen um diesen hohen grad und multifunktionalität herzustellen haben wir ein neues verständnis von räumlichen prozessen und planung angewandt ihr seht es hier schon in der überschrift von objekt zu rahmen planung und das bedeutet für uns von invariablen und statischen räumen zu interaktiven und adaptiven raum systemen man kann hier die historische analogie heranziehen vom medialen sprung von gedruckten texten zu interaktiven und flexiblen digitalen interfaces das ist also eine entwicklung zu mehr interaktivität zu mehr nutzerinnen partizipation dezentralität und vor allem auch adaptivität die anforderungen an den raum sind an unseren raum sind in einer gewissen weise super heterogen und eigentlich nicht abschließend definierbar weil die aktuellen aber vor allem auch die zukünftigen nutzungen nicht alle vorgedacht und vorgeplant werden können und in dieser weise ist unser projekt der versuch ein möglichst dynamisches raumsystem zu schaffen das zukunftsoffen funktioniert und sich den neuen anforderungen ständig anpassen kann in dieser weise ist auch ein gegenmodell zum statischen konventionellen hierarchisch aufgebauten hörsaal in dem nutzerinnen vor allem passiv in erscheinung treten hin zu einem neuartigen lern und forschungsraum der die prinzipien von digitalen medien und technologie inkubriert und vor allem sich verändert und zwar durch die aktivität der nutzerinnen weil sie den raum ihren bedürfnissen anpassen sie bilden immer neue räumliche settings für ergebnis offenes lernen und forschen man könnte sagen es ist sozusagen es ist ein räumliches open source in der raum wird als interaktive plattform um wissen skills und viele anderen ressourcen auszutauschen und in verbindung zu bringen was ihr hier seht ist eine konzeptdarstellung ist eine zeitliche anderthalb von grundrissen und man kann es lesen wie eine stop motion animation in diesen einzelnen zeitebenen setzen sich die räume die räumlichen elemente immer wieder neu zusammen und bilden ja wieder angepasste unterschiedliche settings für das forschen und lernen hier sehen wir ein bild von der langen nach der wissenschaften aus dem letzten jahr und die gibt schon so ein bisschen ausblick auf die multifunktionale leistungsfähigkeit unseres raumes hinten findet ein vortragsformat statt in der mittleren zone gibt es die ausstellungsfläche diese tisch reihe unten im bild deutet noch ein workshop an später wurde hinten dann für performance ist aufgebaut im laufe des abends hat dann auch irgendwie in der bar ihren weg in den raum gefunden soviel zum konzept jetzt geht es zur umsetzung ihr seht jetzt hier die übersicht der letzten zwei jahre und der dreiteilung des prozessdesigns in einen partizipativen planungs- und entwurfsprozess wenn danach folgend eine durchführungsphase mit datensammlung und schließlich auswertung den disziplinations phase in der wir uns gerade befinden am ende des prozesses in allen drei phasen lag dabei ein fokus auf eine partizipative interdisziplinäre ausrichtung und es hat nicht nie so einfachen seriellen ablauf sondern immer relativ enge verschränkung von planung und nutzung gegeben hier sehen wir eine übersicht der maßnahmen die im rahmen des forschungsprojektes entwickelt und umgesetzt wurde und mit insgesamt mehr als 50 punkten hat sich da ja eigentlich eine ganz beachtliche summe ergeben was vielleicht erwähnenswert ist sind die unterschiedlichen kategorien dieser maßnahmen also von links physisch architektonischen maßnahmen also die herstellung planung von möbel elementen einrichtung von sonnenschutz und optimierung belichtungssituationen hinzu dann in der mitte diese orangen linien hin zu digitalen anwendungen die wir für den raum spezifisch entwickelt haben genauso aber dann veranstaltungen oder programmatische maßnahmen die relations partizipation formate oder die weiterentwicklung von curricularen formaten formaten auf basis unserer labor prinzipien und die eigentlich ganz neue konzipierung von von neuen anderen veranstaltungsraten und diese bandbreite spiegelt in einer gewissen weise auch unser raumverständnis also es geht nicht nur um die gestaltung eines innovativen hübrigen lernraums sondern wir versuchen einen holistischen ansatz umzusetzen in dem komplementär zum raum auch neue lern und partizipationsformate mit implementiert werden darüber hinaus haben wir ein aktivitätsbasiertes zonemodell entwickelt und umgesetzt das den vielen technologischen nutzungen ja einen flexiblen aber dennoch strukturierbaren rahmen geben sollen so eins das ist so diese haupt teil des raumes das ist die größte fläche ja mit höchster flexibilität und multipunktionalität und darin sind nutzungen nicht vorgeschrieben und sie wird vor allem genutzt für kollaborative teamarbeit und viele lehrveranstaltungen in der stadt zone 2 ist mehr gedacht für fokussierte einzelarbeit es gibt da eine insel eine tische inseln mit hochleistungs pc's und genauso auch eine galerie die den ganzen hauptraum bezieht eine tischzeile mit weiteren ja schon ausgestatteten einzelarbeitsplätzen schließlich so eine 3 eine ruhe zone die auch jeder arbeitsraum braucht für regeneration und auch einen lockeren sozialen austausch und ja die grund war steine dieser dynamischen konfigurationen bilden mobile möbel elemente die wurden als interaktiv modulare system von uns in einem partizipativen entwurfsprozess geplant und hergestellt es handelt sich da tische stühle verschiedene arten von trennwänden stromverteiler und weitere objekte die haben so sehr funktionalen charakter und infrastrukturellen charakter die stromverteiler oder im hintergrund der hinteren zone des raumes ein storage system das unter anderem auch diese möglichst frei gespielung dieser großen fläche davor gewährleisten soll und das ist für uns in einer gewissen weise ja das exemplarische beispiel für die zuvor erwähnte rahmenplanung also die gestaltung von handlungsoptionen im raum die nutzer innen werden dadurch die interaktion selbst zu gestalter innen des raums und schaffen für sich individuell angepasste räumliche situationen ja als beispiel kann man sagen das erzählen von einem projekt team das ins raumlabor kommt sich möbel zusammenstellt sich devices und andere technische ausstattung hinzufügt vielleicht noch an die trennwand hängt und sich so eigentlich ein sehr individuellen forschungsraum arrangiert hat führen ein lehrveranstaltung wie ein seminar werden die möbel dann schnell zu einem kreis oder zu gruppentischen arrangiert und diese flexibilität des raumes stimuliert werden der auch eine gewisse weise erst ein bisschen außer der box zu denken und mit den mit neuen lehrformaten innerhalb des raumes zu experimentieren hier sehen wir einen ganz kurzen überblick oder überblick ein eindruck über die sehr unterschiedlichen zustände die der raum auch einnehmen kann vielleicht deutlicher wird dass hier in der nächsten slide der wir ja auch eine exemplarische woche die aber tatsächlich so stattgefunden hat zehn in den fünf sehr unterschiedlichen zuständen die woche hat er gestartet mit einer lehrveranstaltung vorlesung und im anderen teilen des raumes teamarbeit tag darauf wurde der ganze raum dann für master-end präsentationen umgestaltet und hatte dann plötzlich ein ausstellungscharakter mit performance und präsentationen dann mittwoch hat das raumlabor hat sich dann eher zu einer loswerden informationen für freiberäuchter weiter arrangiert und donnerstag wie meistens am abend wurde hat dann blub stattgefunden also eine öffentliche veranstaltung mit den gästen und der anschließenden war und am wochenende gab es tatsächlich ein hacker von mit über 50 teilnehmenden darüber hinaus haben wir auch eine ganze leihe von digitalen tools entwickelt um ein digital erweiterten und hybriden lernraum herzustellen wir haben dafür dass das einzige tool das wir nicht entwickelt haben wir greifen auf disco zurück und da eine kommunikationsplattform die für die räumlichen prozesse sozusagen fungiert und in gewissen weisen arten local social media spontanes chatten video calling und so weiter ist ja man kann sagen die basics des digitalen operativen arbeitens dann haben wir einen raum wiki sozusagen erstellt dass wie eine interaktive und kollektive wissensplattform fungiert die direkt mit dem physischen raum verknüpft ist also es gibt ein kollektiv gepflegt es zum beispiel zur raumnutzung es gibt einen von allen bearbeitbaren kalender für die zeitliche organisation des raumes es gibt ein online inventar mit buchungssystem um die nutzung von devices und equipment kollektiv zu koordinieren und hier ganz interessantes feature ist dass jeder inventar gegenstand auch seine eigene wiki seite mit qr code hat man sieht es hier schon angedeutet wenn jemand zum beispiel also einen 3d drucker benutzt kann er den qr code scannen der auf dem gerät geklebt ist und kann dann spezifische informationen führt dieses individuelle gerät einlegen also wie zum beispiel ein tutorial oder was man auf was man achten sollte um dann der nächsten person die nutzung zu erleichtern die digitalisierung von lernräumen bedeutet für uns nicht nur dass einfach immer mehr technik in den räumen sich befindet das schon auch davon gibt es bei uns auch sehr viel davon aber wir stellen uns immer die frage wie räumliche prozesse sind von durch technologie unterstützt und erweitert werden können und das funktioniert in beide richtungen also einerseits durch die virtualisierung von physischen prozessen wie digital twins diesen local social media oder dem streaming von events und vielen prozessen die stattfinden genauso aber die das zurückbringen von virtuellen informationen in den physischen raum durch zum beispiel das qr-codesystem oder einige info screens im raum um auch die dynamische contents mit wieder in den physischen raum zu bringen kurzer einblick auch in die relation die wir durchgeführt haben wir haben da nichts method ansatz gefahren also eine kombination von quantitativen und qualitativen evalationsmethoden die erstreckten sich dann dementsprechend von fragebögen also im systematischen befragen von studierenden und lehrenden räumlichen datenerhebung mit bewegungspotokollen und videografie wir haben auch ein hybrid mapping durchgeführt eine sprechmantellere methode zur kombination von unterschiedlichen räumlichen daten und vor allem auch eine raum ethnografie durch unser mitarbeiter doktor david-juscher-schöder einem postdoc aus der raumsoziologie der tu und er hat vor allem ausgiebige interviews mit den nutzerinnen und beobachtungsanalysen durchgeführt seine methode war dabei kollaborativ das heißt dass zwischenstände und ergebnisse in workshops immer workshops immer wieder partizipativ diskutiert wurden und sie war auch so logisch das heißt hat er einen fokus auf soziale muster und abläufe im raum und erst diese kombination der methoden hat für uns alle relevanten prozesse im raum abgedeckt also von den bewegungen und routinen die vielleicht durch metrische messungen gut aufgenommen werden können zu wünschen ideen einstellungen bis hin zu diesen komplexeren verhaltensweisen die kollaboration partizipation bis hin zu ganzen lebenswelten die erst durch eine ethnografie abgedeckt wurden und diese soziologische brille war für uns auch deshalb notwendig weil postdisziplinäre arbeit wesentlich auch auf der ausprägung von future skills basiert also kommt der fähigkeit komplexe probleme selbst organisiert und in teams zu lösen und das ist natürlich für uns eine tätigkeit mit erheblich sozialen anteilen hier sehen wir eine übersicht des zusammenhangs zwischen unserem lernraum und den darin ja den sich darin auf der spielenden lernprozessen links sehen wir abtragte eigenschaften des des raums wie zum beispiel niedrigschwellig flexibel gestaltbar multifunktional in der mitte die dazugehörigen spezifischen elemente unseres raumes und rechts die resultierenden handelnsweisen auf seiten der nutzerinnen also zb kollaborativ spontan eigentlich relativ verantwortungsbewusst ein ganz kurzer einblick auch zu unseren loops das ist ein von uns neu entwickelte das gesprächsformat das ganz dezidiert auf raumlabor prinzipien basiert es ist partizipativ funktioniert dezentral und inhalte sind transdisziplinär gestaltet wir haben schon fast 20 veranstaltungen durchgeführt die wurden auch alle gestreamt ihr könnt ihr auf unserer website abrufen und noch mal anschauen wir hatten da auch unter anderem viele eingeladene gäste wie hier zum beispiel christoph sommerer und das sind zwei ikonen der mediakunst die diese luchsreihe begonnen haben und nach jedem loop klingt der abend auch bei einem kalten getränk an der bar aus also auch eine herzliche einladung checkt unsere digitalen kanäle und schaut doch mal vielleicht demnächst vorbei bei unserem loop das ist ein tomat das super interaktiv und partizipativ funktioniert und immer eigentlich inhaltlich sehr interessant aufgestellt ist okay wenn wir jetzt kurz zu dieser übersicht des campus zurückkommen könnte man wissen also sagen dass sich dieser raumlabor gedanke auch auf dem maßstab der universität weiter führen lässt durch die vielfältigen aktivitäten und formate von practice nämlich entsteht ein gemeinsamer raum einer neuen gemeinsamen praxis und durch diese vielen fach- und universitätsübergreifenden austauschmärkte kommt dann diese plattform dieser plattform gedanke zum tragen in denen da auch die ja die vektoren der universitäten und fachbereiche kombiniert transferiert vielleicht multipliziert und dann wieder zurück in die universitäten gespeist werden ok das war's von meiner seite vielen dank für eure aufmerksamkeit sehr gefreut euch diesen kurzen einblick in unsere unsere prozesse gewähren zu können danke von meiner seite vielen vielen lieben dank auch von meiner seite ich beende als dass Going Club folgt es geht um Vielen Dank.